Da stand noch eine... Boah, solltet ihr mal beferdigt mit reparieren? Jetzt reißt du wieder nicht ab, weil ich das... Fantastisch. Einheitenmanagement, das überfordert mich immer noch total. Oh Gott, die passen jetzt schon alle nicht mal rein. Und ich muss noch viel, viel mehr bauen, und ich hab bald keine Energie mehr. Boah, ich hatte so viel, als die anfingen. Welche denn? Ihr wollt mich doch in den Wahnsinn treiben. Äh, die da. Die da, die da da, die da da, die da da. Die da da, die da da, die da da da. Die da da, die da da da. Die, die da da. Was zähl ich da jetzt schon wieder? Boah. Oder merkt man, dass mir nichts mehr einfällt. Ich labere irgendwelche Scheiße, die niemanden interessiert. Yeah. Nein, Moment, das ist ja immer so. Scheiße. Ich brauch noch fünf... Boah, immer noch 15 Einheiten pro Woche. Oh, zwei, vier, sieben. Acht. Produktion abgeschlossen. Acht. 15 minus acht macht sieben. Also zwei. Drei, vier. Fünf. Naja, für den Fall, dass ich mich verrechnet hab. Es ist schwierig, im Kopf zu zählen. Kriegt man nur wieder Kopfschmerzen. Nein, Moment, der war ja schon voll, ne? Ja, der war voll. Oh Gott, jetzt fängt der Scheiße wieder an. Welcher Commander ist jetzt der, der noch nicht so viele Einheiten zugewiesen hat? Geil. Geile Scheiße. Das war der Richtige. Du bist schon zugewiesen, sonst würdest du nicht da runterfahren und... Dich muss ich auch noch zuweisen. Gut. Ja, die Lage ist unter Kontrolle. Oh Gott. Voll der Mob. Der riesen Mob. So, greife ich jetzt erstmal wieder da rüber und bau da noch... noch einen Tankkiller-Turm. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. So, jetzt eins vollständig repariert. Naja, so gut wie. Also wieder da runter. Ja, und ich... Vielleicht soll ich mal wieder auf Normalgeschwindigkeit gehen, vielleicht wird's dann besser, ne? Ach, Ivo. Ihr wollt das alles viel lieber in Zeitlupe sehen, gebt's doch zu. Slow-Motion, yeah! Boah, und ich hab noch eine Stunde Zeit. Äh, was ist abgeschlossen? Ach, Produktion, nicht Forschung. Ach, Forschung, Produktion, wo ist der Unterschied? Warum kann ich das nicht über das Menü zuweisen? Produktion abgeschlossen. Geht leider nicht. Schade, schade. Boah, was da runtergefahren kommt und was da noch oben hängt. Produktion abgeschlossen. Das war jetzt die falsche Einheit, ja, geil. Boah, dieses Spiel ist lustig. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Wer hier bist du? Nee, das geht so nicht. Das wird so nix. So, du. Nein. Du, nein. Du! Ja! Bin ich gut. Ich hab nur drei Versuche gebraucht, bei drei Möglichkeiten. Episch. Episch. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Nein. Äh, hab ich den nicht eben schon gewählt und es war der richtige. Ja, dann hab ich den eben noch nicht gewählt. Jawoll. Wie viel brauchen wir noch? Produktion abgeschlossen. Hm, reicht noch nicht ganz, was ich gebaut hab. Oh Gott. Oh Gott! Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Der Mob wird doch unkontrollierbar sein. Einen baue ich noch, der wird unten gebaut, gut. Gott. Produktion abgeschlossen. Nicht näher definierbarer Mob. So. Fehlen mir noch zwei. Sieh das richtig? Äh, Moment. Ich schau noch mal. Mir fehlen noch zwei. In der Tat. Was, was hab ich denn noch nicht so oft? Ich hab alles. Es ist unmöglich, dass ich irgendwas noch nicht hab. Borrow zwei Tank... Tankkiller. Und die Sache hat sich gegessen. Oh jaja. So, kann ich noch irgendwas erforschen? Hopp, wir fertig. Komm, lassen wir noch mehr erforschen. Noch irgendeine Überwaffe... Lasergestützte Laser-Satelliten. Apropos, was ist denn überhaupt aus seinen Lasern geworden? Wollt ihr nicht irgendwie auf uns abschießen oder so? Waffenforschung abgeschlossen. Computergeschütze voraussagen Kompensation der Zielbewegung. Waffenforschung abgeschlossen. Verfolgt Geschoss und führeste Zielposition. Äh... Moment. Das Gesch... Der Computer verfolgt das Geschoss... Ach so, das Geschoss, das Kanone abschießt. Ich denk mir schon, hör. Waffenforschung abgeschlossen. Jaaaah... Gauselabgabe für kürzende Ladezeit. Klingt episch. So, hab ich ja im Prinzip alles aufgerüstet rumgebaut und fertig. Ich... Ich bin... Höchlich. Ich hab alles gemacht. Alles reparieren. Ah, Moment. Ich weiß noch, was ich reparieren muss. Hier oben. Nämlich da. Ah... Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aber das ist doch wichtig. Gott, voll der Mob. Auf der Karte voll der Punkt. Ich hätte die nicht alle in derselben Fabrik bauen sollen, ne? Aber jetzt wird's schneller gehen, ne? Ach, Ivo. Ist genau gleich schnell. So, ihr repariert da oben noch ein bisschen, wenn der durchkommt? Kommt ihr durch? Schwierig, ne? Egal, ihr repariert da noch ein wenig. Und dann kann die Offensive losgehen. Oder soll ich lieber sagen, Gemetzel? Hm. Ich glaub, Gemetzel ist besser, ne? Da unten gut eingeigelt. Hehe. Für den Fall ist die Möp nochmal größer wert. Doch, ja. Ich glaub, das geht gut. Wie sollen sie das eigentlich nicht weggeblasen? Hm. So. Und nun muss ich nur noch den richtigen Commander finden. Das war das schon mal nicht. Vielleicht der da? Ja. Geil. Richtig, richtig, geil. So. Ihr fahrt jetzt erstmal da runter. Oder? Nummer 3. Meldet. Hier repariert noch schön. Schön. Brav. Macht er das. Und weil ich grad so Lust und Laune hab. Hehehe. Hehehe. Ja, das... Oh, da kommen sie gar nicht hin. Geil. Das ist jetzt mal richtig geil. Hehehe. So. Viel Spaß damit. Gut, du bleibst da oben. Du kommst eh nie wieder da raus. So. Oh Gott, wie soll ich die durch den Pass bekommen? Das dauert ja Stunden. Konstruktion abgeschlossen. Äh, was? Achso. Schon fertig? Ja. Schon fertig. Bin ich irgendwie noch auf Vollgas? Nein. Machen wir auf Vollgas. So. 3 kommt jetzt mal hier runter. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. Wütender Mob. Unterwegs. Macht mir hier den Platz. Apropos Mob. Ich muss da noch was umstellen halt. Konstruktion abgeschlossen. Hätte ich jetzt beinahe vergessen, du. Das muss ich doch umschalten, nicht denn? Kuppe 3. Meldet. So. Wenn ihr das fertig habt, baut ihr noch einen... Sevitum. Seve. Sevitum. 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 Da baut Sevitum. Referriert noch ein wenig die Flak, jawoll. Flak, genau. Adlerie, Flak. Wo ist der Unterschied? Schießt beides in die Luft. Beide Geschossen landen irgendwann wieder auf dem Boden, wenn man nicht aufpasst. So. Jetzt fahren wir noch mal da rüber. Da noch ein wenig was ist. Konstruktion abgeschlossen. Wo geht's denn da rauf überhaupt zu den ihrer Basis? Da muss es doch... Ah, da vorne geht's gleich... Nein, doch. Geht's da rauf? Ja. Vielleicht gibt's dann alle Fakt. Jetzt fahrt er mal da rüber. Boah, ein Chaos. Und warum hab ich da überhaupt eine Stunde Zeit? Konstruktion abgeschlossen. Ich weiß nicht. Ich hab irgendwie immer das Gefühl, dass es viel zu viel Zeit ist in manchen Missionen. Also in manchen wird's echt knapp. Schon ein wenig, ne? Schon ein wenig knapp. Und ich bau da besser noch ein wenig Verteidigung hin, für den Fall der Fälle. Gott, ich pflaste die ganze Map voll. Konstruktion abgeschlossen. Für nix und wieder nix wahrscheinlich, aber egal. Naja, es blockiert wenigstens mal eigene Einheiten dann. Und ich glaube, ich komm nie wieder dazu, Luft-Einheiten zu bauen, weil ich einfach das Geld dazu habe. Oh komm, ihr habt doch den Wald ein wenig in die Luft. Schön. Ja, das bauen wir dann auch noch. Gut. Dann speichern wir doch gleich nochmal. Und schauen, dass es mal nach wie spät es überhaupt ist. Ey, wir haben noch ein wenig Zeit. Ja, um eins werde ich den Upload beginnen und dann mal schauen. La 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 la. Na komm, fahr da rauf, wie du bist. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Artefakt entdeckt. Ah, ein Artefakt. Ich wusste es. Konstruktion abgeschlossen. Oh, da steht noch mehr. Egal. Nimm das Artefakt. Artefakt wurde gefunden. Gut, fahr da runter. Lass dir alle Riewing arbeiten. Fortschrittliche VWL Produktion. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Klingt interessant. Ah, herrlich. Die Verteidigung steht. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott, die VWL sind ganz da oben, ne. Ja, das heißt, ich darf dann wahrscheinlich gleich wieder nauffahren, das Ding aufrüsten. Herrlich. Boah, ich wünschte, ich hätte das mit den Türmen früher kapiert, ey. Ah, herrlich. 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 Ihr blickt es nicht, dass ihr dann auffahren müsst, ne. Ja, gut. Dann bauen wir da an der Bamba noch so wegen. So. Wie soll ich die verteidigen? Keine Ahnung. Ja, da fahr mal einer halt immer zur Reparatur hin, da muss ich nichts verteidigen. Und die Forschung geht weiter. Ja, ich will immer erst alles erforschen. Für den Fall der Fälle, dass doch irgendwas unbe... Unbe... Für den Fall, dass ich kein Deutsch mehr kann. Und ich... Ich deutsche Rechtschreibung erforschen kann. Rechtschreibung, ja. Ich schreibe, während ich spreche. Nein, ich... Ich spreche, was ich schreibe? Ich schreibe, was ich spreche? Hä? Das ergibt doch beides keinen Sinn. Na hopp, baut! Baut, meine Männer! Baut! Ja, sie bauen! Dauert aber noch einen Moment, bis sie fertig sind. Hier fahrt er noch ein wenig runter. Jetzt kommt's schon. Zieh doch nicht so! Verdammt! Grundlagenforschung abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. V-fortschrittliche M-Quaz. Robotergestützte VDL-Bewaffnung. Zeig mal an dir. Gebäudeforschung abgeschlossen. Wir haben jetzt Zeit für Bewaffnung. Ach, die werden automatisch aufgerüstet. Das heißt, ich muss ja jetzt nicht irgendwie so hier... Nein. Ausgezeichnet. Konstruktion abgeschlossen. Ja, genau. Puh! Was ist das denn? Was wollt ihr? Stress oder was? Kommt her! Ausmaul! Noch mehr ausmaul! Konstruktion abgeschlossen. Wie lächerlich! Oh, guckt euch mal an! Ist da was? Das kitzelt so. Das kitzelt hier irgendwie, ne? Irgendwas war da, glaube ich. Eine Mucke oder so. Konstruktion abgeschlossen. So, dreifelt jetzt mal da rauf. Und wir speichern nochmal, ja. Weil ich so gern und so oft speichere, ja. Gruppe 1, meldet Gruppe 3.